Wienig, Superpass auf Mercier. Gleich noch einmal, und Jeremy Bick mit dem 1 zu 0. Das 1 zu 0 für die Genvers. Ein Paukenschlag. Nachdem Lausanne eigentlich besser ins Spiel gefunden hat, trifft Jeremy Bick. Zweiter Saisontreffe für ihn. Und Luca Polthauser ist einmal mehr geschlagen. Wienig gegen Eudemarck. Dann die beiden Abschlüsse von Mercier. Und Jeremy Bick mit dem Abpraller. Und Wienig mit Platz. Daniel Wienig. 2 zu 0. Er krönt ein grossartiges Spiel von ihm mit dem persönlichen Treffer. Fünfter Saisontreffer von Daniel Wienig. Und nach dem Assist zum 1 zu 0 trifft er nun persönlich. Wechsel zur Umzeit von Lausanne. Und Daniel Wienig bestraft das eiskalt. Klasse auf den Pass von Simon Lecoult. Der das sofort umschaltet. Obwohl im Eishockey alles möglich ist. Gernins. Dann kommt das 1 zu 2 durch Perci. Christoph Perci krönt seine Leistung auf mit einem Treffer. 22,8 Sekunden Verschluss. 22,8 Sekunden Verschluss.